ok 321 go und guten abend meine lieben leute wie funktioniert das mit dem joshirang auf discord es gibt eine kanalpunktebelohnung für 5000 kanalpunkte kannst du den joshirang einlösen und dann wirst du automatisch zum joshirang also nicht ganz automatisch aber du wirst gemacht oder von mir genau das ist irgendwie komisch hier gibt es abkürzungen ich dachte das wären dann alternative wege aber es gibt hier abkürzungen das level ist komisch irgendwie kommt mir das level bekannt vor ok ich darf nicht drücken ja genau das war das level und hier oben überspringen können jawohl was ist denn hier falsch warum gehe ich hier wieder rein ich versuche jetzt mal mitzunehmen ok und jetzt drüber und jetzt kann ich den helm nach oben jetzt kann ich die manche nach oben hauen ok ja jetzt müsste aber das ziel kommen was ist das jetzt hier ja in ein sehr sehr komisches level aber ja wir haben es gelöst vorerst sunshine und ellingen guten abend willkommen im stream oh mein gott ich habe heute relativ wenig geschlafen tatsächlich ich habe nur vier oder fünf stunden geschlafen und zwar ziemlich lange wach ja mein verkorkster schlafrhythmus es könnte allerdings dafür sorgen dass ich morgen deutlich früher wach bin mal schauen ok ist das das teile screenlevel das ist einfach was teile screenlevel also was sind das jetzt für komische level hier aber immer immerhin joshi 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 wird uns alle retten wir brauchen joshi sogar ok wir brauchen ihn wir müssen ihn opfern wobei er nicht zwingend warum ist da ein loch ja komm dann gehen wir ins loch warum nicht gibt es hier vielleicht drei leben nee ok gut aber wir haben ja drei leben sowieso ok fast sehr schön spin chapter 1 beefy oh nö ok 39 sekunden das ist eigentlich sollte das nicht so schwer sein aber das ding schwingt immer schneller wenn das hoch und runter geht ok ok einfach ein joshi opfern ja sind das für blöde level heute ernsthaft heilscreen irgend so ein blöder speedrun jetzt muss man einfach joshi opfern das ist äh voll gemein ähm ok das geht eigentlich klar äh die tür ist falsch oder ok ne ok Tür ist nicht falsch und Bianca war auch endlich auf Discord angekommen sehr sehr schön genau da werden auch die Streams immer geteilt und ja falls Twitch mal versagt oder falls ihr nicht direkt auf Twitch seid ein Japaner oh nö ok jetzt sage ich bei jedem Level auch nö ich glaube ich habe hier immer nur eine Chance war gerade ein bisschen schwer da reinzukommen ja manchmal ähm zickt Discord so ein bisschen rum ich weiß nicht warum aber ich hatte das jetzt schon häufiger dass Leute Probleme hatten beim Joinen aber aber bisher hat es jeder hingekriegt ah ja manchmal manchmal zickt da Discord rum eigentlich müsste ich ja jetzt hier was schaffen ich hoffe ich kriege den Pils ja ok ja ok sehr schön und ja wieder ein Teil des Clean Level alle Level bisher super merkwürdig aber passt jetzt bist du da jetzt bist du da jetzt bist du da und ich suche auch regelmäßig Leute für Mario Maker Coop ACs schwierigster Speedrun und ja jeder kann sich da eigentlich melden also ihr müsst nicht unbedingt die Mario Maker Rolle haben die eigentlich auch jeder sich geben kann ach das geht auf Zeit ok müsste ich vielleicht auch nochmal in den Ankündigungen machen wie das mit den erstmal extra Rollen ist ja das habe ich tatsächlich vergessen aber ihr müsst nicht die Rolle haben um mitspielen zu dürfen warum war das auf Expert ne gut gut jazio ok ähm 17 Sekunden bei den Level sind es gar nicht mal so lange heute als aktuell sie sind zwar alle komisch aber sie sind nicht lang äh muss ich hier rein denke schon ja ich glaube der Expertgrund ist wirklich wegen den Flammen bekommt jetzt noch ein Bus oder deswegen ja aber hier kann man bestimmt schon durch auch wenn die Flammen noch aktiv sind definitiv aber ich bin nicht auf Rekorde aus außer ich sterbe jetzt ganz kurz vorm Ziel und es gibt keine Checkpoints dann dann versuche ich auf Rekorde zu gehen aber ansonsten eigentlich nicht so hier müsste eigentlich das Ziel kommen ja ein Leben gönne ich mir mit dem Platz hätte ich mir drei Leben holen können aber egal passt schon Hauptsache weg mit diesem Level Mario Arc the Game ok das sieht doch nach einem schönen Level aus der Blick sagt gerade alles habe ich gerade anders geguckt das kann durchaus sein naja wenn man Yoshi opfern muss gebe ich nicht zwingend ein Buu insofern das Level halt gut ist aber wenn man Yoshi opfern muss und das Level jetzt auch nicht gut ist dann ist das Buu relativ safe kann der Spike sich mal entscheiden wann er schmeißt oh mein Gott dich mache ich mal direkt K.O so gib mir ja gib mir erstmal den Yoshi das Leben wäre cool aber ist mir egal ich brauche keinen Hallo Mario Junior ich würde gerne die Kupolänge hab ich nix kegeln muss ich sagen oh mein Gott Mann Mario Mann Yoshi komm her jetzt komm ich doch rein ich bin doch nicht warm gespielt ja das kommt halt auch dazu das kommt auch dazu aber ich glaub die Müdigkeit macht gerade ein bisschen mehr aus was diese Leichtsinsfehler angeht Kuper Kastle das Kuper Kastle kriege ich hier drei Leben wir werden es nicht erfahren äh ich hätte wahrscheinlich drei Leben gekriegt aber egal egal wer braucht schon drei Leben kriegen wir kriegen wir kriegen wir schon noch irgendwie oh 69 Münzen Leute na gut hier könnte ich mir theoretisch Leben farmen ja keine Ahnung ja ne wir nehmen mal den Panzer mit ich hab ja noch genug Leben und ja das passt ein Leben passt alles klar Kilian viel Spaß und und ja dein Level spielen wir später irgendwann weiter genau du musst ja glaube ich nicht anwesend sein ne das ist ja glaube ich keine Bedingung ja und viel Spaß bei der Arbeit jawohl hm wo ist der Schlüssel ich hätte ganz gerne den Helm den kriege ich mit Schnelljump sehr gut da hat der Creator nicht dran gedacht dass das geht äh Panzer nehme ich trotzdem mit oder auch nicht ist in Ordnung ich weiß gerade gar nicht ob Kilian noch für eine Frage vorher geantwortet hat wie es lief bei ihm bei der Arbeit oh Gott was ist das denn für eine blöde Stelle ja okay man sieht da unten da okay man sieht das ja dann ist es nicht ganz so schlimm wo lehnt jetzt wie komme ich da ran was das okay das ist ein dummes Level ja das ist das ist wirklich eine dumme Stelle ähm ich weiß nicht ja okay so nee das ist das ist das ist absolut dumm ich probiere es noch einmal die Stelle ist richtig blöde äh also wenn wir dann hier mit dem Panzerwurf wenn das funktionieren würde hätte ich ja kein Problem damit aber es funktioniert halt nicht ja mit dem Winkel schon okay ja nee die Stelle taugt mir überhaupt nicht da hätte er vorher einen Checkpoint setzen müssen finde ich wenn man wenn man sowas schon einbaut aber gar keinen Checkpoint ein bisschen unangenehm und guten Abend an alle die am Start sind an diesem wunderschönen Samstag ok passt es war die einzige schwierige Stelle hier eine einzige schwierige Stelle Poison, Piranha, Planets schauen wir mal was hier ab geht ich muss diese Sprünge machen ist klar perfekt ich glaube das Gift steigt und ich muss nach oben ne ja das war nicht gut das war gar kein guter Start 30er Münzen lass ich mal sein das Gift müsste eigentlich steigen was steigt relativ langsam das ist das Gute ja hier hat er viele Secrets eingebaut beziehungsweise Bonus Coins an sich das ist das Level gut wo bin ich gestorben hier ne ja bei der Pflanze mein hoch mit dir ich weiß nicht ob das Gift wirklich steigt ah egal passt sehr schön Checkpoint sehen wir doch gerne jetzt müsste eigentlich gleich das Ziel kommen oh wir kriegen die drei Leben ok nice ja doch das war ein sehr schönes Level war man nicht meckern 10 Sekunden Parcours crazy der Name sagt mir irgendwas ja ja nicht nicht wirklich oh Gott crazy ist das denn ok was mit dem mit dem Trampolin ist komisch ah gut in der Tür ist wahrscheinlich das Ziel naja das das Trampolin Setup ist echt komisch ah gut passt und damit haben wir die ersten 10 Level besiegt sehr schön das kriegt kein Like nee